Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft. Ja, wir wollen heute, was wollen wir heute? Eigentlich diese werden wir mal ein bisschen erkunden. Ähm, was in der Nähe ist, vielleicht will ich ja... Ich möchte am liebsten ein Biom... Okay, das ist ja wirklich startet. Ich möchte gerne einen Mesa Biom finden und dort dann die Raketenbasis machen, weil wir haben recht wenig Platz. Wir müssen alles terraformen. Und ja, das ist ein bisschen langweilig. Deshalb erkunden wir hier mal ein bisschen die Gegend. Wir müssen ja nichts abbauen. Ja, wir müssen eigentlich übers Meer kommen. Wir gehen übers Meer. Ähm, nach Westen bin ich schon vor dem Let's Play ein bisschen gegangen. Im Süden ist ja das Portal. Rechts ist mir irgendwie zu langweilig wegen dem Gebirge und dem Wald. Wir gehen nach Norden. Hier haben wir übrigens eine Insel. Könnten wir einen Leuchtturm drauf bauen. Aber einen modernen, so richtig modern. Ähm, wir haben kein Holz. Okay. Dann nehmen wir ein bisschen Holz mit. So, oder? Und machen unser Boot. Was ich heute noch machen will, ist ein bisschen in den Neffe gehen. Der ist, glaube ich, dann neu oder bald neu. Und ähm, mit dem... Ja, dass wir einfach ein bisschen Quarz haben. Weil ich möchte den Anbau dann mit Quarz machen, mit diesem Diorit. Oh, hier haben wir zwei Inseln. Das eine scheint Wüste zu sein. Das andere... Ebene... Äh, ja, Wald. Wald und Ebene. Okay. Was haben wir sonst? Das ist ein Tempel, oder? Wir haben ein Tempel gefunden. Und keine Monster. Also wir werden den Tempel nicht kaputt machen jetzt. Das ist nämlich in der Bauwelt. Aber hier könnten wir ein bisschen üben. Machen wir Testübungsobjekt. Ähm, Testübungen. Einfach so militärische Marine Testübungen. So eine Marinebasis wäre auch cool zu machen. Mal schauen. Vielleicht dann mit anderen Leuten zusammen, wenn dann die ersten Let's Player auch hier drauf sind. Geht halt einige Zeit lang, weil die meisten Leute es noch ein bisschen... Ja, eher denken, ja, es lohnt sich nicht denn so. Aber bei mir lohnt sich alles. Also so ein richtig großes Projekt, Multiplayer-Projekt wäre richtig cool. Aber eben dafür braucht man auch ein bisschen Mut. Dafür hat man dann Erfolg. Das ist das Coole. Die großen YouTuber machen es ja auch immer so. Hier ist Savanne. Okay. Hm. Ja. Savanne ist jetzt nicht unser Ding. In der Savanne könnte man dann irgendwas in der Kulturzone machen, aber... Ja, in der Kulturzone möchte ich dann auch noch etwas bauen, aber das kommt später. Wir haben genug Zeit. Wir machen alles nacheinander. Oder wir könnten es zuerst machen. Also... Naja, die... Die, ähm... Ding-Welt... Die sag schon, ähm... Die... Space-Welt ist natürlich noch nicht fertig, weil wir noch ein paar Problemchen haben, aber die gehen dann bald auf. So. Oder sie geht auf. Das sind ja eigentlich Mehrzahl. Gut. Also... Irgendwie ist mein Ton ein bisschen komisch. Äh... Nicht Ton. Ähm... Stimme. Tut mir leid heute. Ähm... Ich bin immer noch erkältet vom Regen die ganze Zeit. Ich muss draußen trainieren. Joggen und so. Und bin dann halt ein bisschen... Äh... So bin ich dann... Äh... Also, was haben wir hier? Ein Dorf, okay. Und jetzt wird's dunkel. Es wird plötzlich dunkel hier. Ein Tempel? Cool. Ähm... Ich sag mal... Weil... Tempel und so ein bisschen Gebäude sind könnten und die schon... Plündern, oder? Ich mach's jetzt einfach. Ähm... Andere plünden die Tempel natürlich auch. Dann kann ich sie auch plündern. So, was möchte ich? Das will ich noch nicht abhören. Ich geh jetzt hier runter. So... Oh, fast... Oh... Fast wäre Sex bei dir. Einen Sattel. Knochen. Eisenbahn. Das mag ich nochmals zum Sattel. Ja, ist jetzt nicht so gut. Hätte ich mir denken können, aber... So. Ähm... Ich nehm den Glatten mit. So. Das möchte ich aber... Ah, okay. Lassen wir's. Einen vergrabenen Tempel. Okay. So. Machen wir den Sonnstein und den Ding hier hin. So. Glatter Sonnstein. Gemeißler Sonnstein. Ähm... Melonen zurück. Ah... Habe ich Wetter aus? Ich will ein bisschen Wetter anmachen. Geht's jetzt nicht mehr, oder was? Kurz relocken. Ach, schade. Ah, jetzt... Hm? Ob's regnet nicht? Ah, jetzt regnet's. Ah, das ist ja sowieso in der Wüste. Haha. Es ist sowieso in der Wüste. Gut. Ja, dann muss ich's nicht relocken. Ah, eine Schmiede. Okay. Ah, da ist nie was drin. Drei Diamanten. Okay. Lohnt sich. Einen Appel nehme ich mit. Einen Appel. So. Wo gehen wir? Da in die Wüste her. Vielleicht gibt's nochmal einen Wüstentempel dort. Einen Berg. Aua, das hat weh getan. Gut, dass wir hier ja keine Monster haben. Könnten wir ein bisschen besser erkunden. Okay, was haben wir hier? Floster. Mach's. Bitte. Ähm, weil ich jetzt gerade hier aufnehme. Oktolex in Airfire machen und ähm, bringen und geben. Eins geben. Twinks. So. Was haben wir hier? Hm. Im Süden vielleicht. Oder im Norden. Das ist Norden. Okay. Ja, Floster ist nicht gerade gut da zu spielen auf Octolex. Weil er hat ein bisschen, naja, nicht trollt, aber... Geben wir ihm noch eine Chance. So. Wir haben ja Backups. Also, wenn ich Octolex will, dass er vom Server fliegt, dann kann ich's machen. Und ja. Und ja. Scheiße gelappt hat er laut. Was ist da? Du bist ohne, dass du ja das machst geflogen? Okay. Geflogen! Weit geflogen! Hm. Was haben wir denn hier? Ah, das ist ein Kaktus. Jetzt dachte ich schon, es ist wieder ein anderes Biom. Was, 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 was habe ich da gesehen? Was habe ich da gesehen? Lol. Jetzt kommt Floster und... Hm. Schade. Ich dachte, es wäre wieder ein Tempel gewesen, aber es ist... Weiß ich nicht. Der hat sich in Luft aufgelöst. Der will mich trollen. Okay. Okay. Bin beim... Deinen... Was ist denn? Grossman... Okay. Oh, thanks. Also hat er's gemacht. Danke, Floster. Ach komm, ist hier nix in der Wüste. Ah, jetzt muss ich das eingehen. So. Oh je, oh je. Oh, jetzt haben wir ein Tempel gefunden. Haha. Ich hab irgendwie ein Gespür. Weiß es nicht. Hm. Nein. Das ist einfach Zufall. Also in einer Wüste sollte ein Tempel sein. Hm. Will ich am liebsten. Aber... Ist gut, dass wir jetzt nochmals den Tempel haben. Jo. Gehen wir im Halbteingang rein, wenn der Tempel schon ganz aufgebuddelt ist. Also... Ja. Ja. Ja, jetzt so. Hab's. Wir nehmen ein bisschen Dynamit mit. Zwar explodiert der Dynamit hier nicht, aber... Trotzdem nehmen wir mal mit. Vielleicht für die Farm mit. So, was haben wir hier? Goldbahn. Knochen. Noch mehr Knochen. Noch mehr Knochen. Wir holen Hunde, oder? Komm, wir gehen Hunde holen. Holen, also. So. Da nehmen wir mit. Das da. Ja, okay, gut. Sodele. Ähm, hier noch zwei. Aber das reicht. Ich will ja nicht unbedingt mit denen bauen, oder so. Naja. So, in welche Richtung müssen wir? Also von da sind wir gekommen. Also müssen wir in diese Richtung weiter den... ...Ding erkunden. Und den ist auch aus, Nahrung. Okay. Von mir aus. Aber ich möchte ja eigentlich nicht Tempel suchen in dieser Welt. Das können wir dann in der Farm-Web machen. Sollten ein Mesabiom finden. Und hier ist es nämlich schön warm. Also hier sollten eigentlich mehrere Mesabiome kommen. Aber die sind so selten, dass man... Dass es wirklich fast schon ein Wunder ist. Ja, nicht ganz, aber... Ähm. Ich finde sie selten, weil ich sie brauche. Ich will immer mit dieser Biome wohnen. Das ist einfach so mein... Ja, was soll ich sagen? Mein favorisiertes Biome. Mein Lieblingsbiome. Und... Ja, deshalb... Okay, hier kommt eine Ebene. Ein Dschungel, okay. Genau. Wegen Gryffin. So. Ähm. Wir können nichts verantworten. Expressionen können wir nicht nachweisen. Oder ja, schon eigentlich. Aber ähm... Das haben wir jetzt. Naja. Ja. Was... Rest... Wieso? Ich hab F gedrückt. Ich hab F gedrückt. Oh, Pferdchen. Wollen wir eins züchten? Ich hab nämlich... einen Sattel. Du da. Ich komm. Komm, ich... Ich will dich besteigen. Ich will dich besteigen. Ähm... Ist... Keep... Inventory... Off... On... Geht ja gar nichts sonst. Wieso kann ich die nicht besteigen? Hallo? 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 Du bist doch zum Reiten da, oder? Ach, Mann. Geht das nicht? Ja, aber in der Bau- und FHR-Welt ist es ja an. So, dieses Pferd lässt sich besteigen deshalb... Nein, nicht zum Laber. Nicht zum Laber. Pst! Meck da! Oh, hast du viel... Oh, hast du viel Läden? Du bist so perfekt geeignet für meinen Ritt. Und... Ja, immerhin bist du schnell. Ah... Geht so. Also. Ich nenne... Ich nenne diesen Part jetzt... Ähm... Pferd besteigen. Ach... So... Bist jetzt glücklich. Der qualvolle Ritt im Regen. Ich versauf noch das Pferd. Wir sind nicht gerade Gurte unterwegs. Wir haben Probleme. Wir versaufen bald. Oh mein Gott. Ja, Mega-Tiger-Biom. Ich will ins Mega-Tiger-Biom. Aber wo kommen wir rüber? Hier kommen wir rüber. Nein. Ich geh jetzt im Dschungel rüber irgendwie so. Durch den Dschungel reiten. Da. Komm schon, das schaffst du. Ja. Gut, ganz knapp, aber wir haben es geschafft. Haben wir hier irgendwo ein Tempel? Nein, oder? Okay. Wir gehen ins Mega-Tiger-Biom. Das ist doch viel toller! Viel toller! So, da. Mega-Tiger-Biom. Gibt's die fetten! Da ist ein fetter! Genau unter den Blättern durch. Oh. Schöne Baum. Auch kein Tempel. Im Mega-Tiger-Biom sollte auch ein Tempel sein. Da müssen sie noch ändern. Da müssen sie noch einbauen. Oh, Pferdchen hat Bobo. Oh. So. Wird ein bisschen crazy. Komm. Der crazy Part von Drago, Mann. Der crazy Part von Drago, Mann. Was haben wir hier? Nimm noch kein Tempel. Tja. Komm. Hey. Hüpf! 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 Ah, Bruno stirbt wieder gerne. Okay. Ach, eben noch kein Tempel. Ja, genau. Das Wichtigste im Let's Play ist Dschungeltempel finden. So langsam schon. Ich will unbedingt wieder ein Dschungeltempel. Ich mag die. Da oben, oder? Ja, da oben. Für nen Shop was. So. Oh, muss man hier jetzt drüber. Ja. Da drüben. Da drüben ist der Tempel. Juhu. Ja, lass es jetzt, Pferd. Komm jetzt drüber. So. Wo ist jetzt der Tempel da oben? Ach, komm, ey. Was bist du für ein... ...missgeschicktes Pferd. Nicht mal... Nicht mal hoch kann es. Ach, komm schon. Ich bin züchtig nachher. So, jetzt reicht es mir. Sattel habe ich wieder, gut. Sicher? Kann er Scheiße machen? Ganz sicher. Ja. Hätte ich ja gesagt. So, Delle. Wo ist der Eingang hier? Ah, graben wir uns rein. So, Delle. Hey, hinten hat er es früher immer gehabt, aber irgendwie hat es jetzt nicht mehr. Schade. So, Delle. So, Delle. Hier auch. Pff. Ich will nicht immer das Gleiche. Du gehst hier rein. Ähm, Apfel geht rein. So, Fahrten kann rein. So, Fahrten kann rein. Nein, Fahrten kann rein. Du kommst mit. Weg, Bank geht rein. Da muss das. So. Und jetzt noch die letzte Kiste suchen. Die ist hier. So, Delle. Du kommst noch mit. Ah, Mann. So ein Kack. Okay. Liefer. Es sind drei. Okay. Ja, sie sind gesteckt. Okay. Sonst haben wir nichts mehr hier. Nö. Okay, ähm. LP Home. So, ähm. Da mal die Sachen reinlegen, die... komisch sind. Ah, jetzt ist alles voll. Ja, wir müssen unbedingt einen Keller dann machen. So, Delle. Den, die möchte ich mitnehmen. Den nehme ich mit. Den Bogen. So. Da füll du rein. Hebel können noch rein. Ja, die Hebel sind woanders. Knochen können rein. Ja, Hebel waren hier. Kann ich die noch rein tun? Haken kann ich noch rein tun. Jo. Ja. Die mache ich mal hier unten. Und ähm. Ja, neue Kisten am besten. So. Die neuen Kisten mache ich hier mal hin. So. So. Mal das Zeugs rausnehmen hier. Wo nur Blöcke sind. Und... Die Blöcke hier rein. Gut. So. Dafür das hier rein. Ja, jetzt haben wir es. Bum. Ähm. Was könnten wir noch im Neffe gebrauchen? Hm. Nein, ich lasse jetzt mal. So. Slash Home Portal. So. Sind wieder in der Portalwelt. Und jetzt gehen wir hier rein. Ähm. Nein, nicht wirklich wieder unterirdisch. Okay. Müssen wieder an die Oberfläche. So. Ähm. Floster. Wenn du die nette Welt machst, mach das Portal nicht unten bei Null, bitte. Töte. Mhm. Wieder in eine Höhle Nicht oben bei Freiluft So, jetzt gehen wir nach oben Das sind nur Schweinemenschen hier Sind die eingesperrt? Okay Eigentlich würde ich jetzt noch mal Kurz hochporten Soll das Portal hochbeamen Ach was Dann ist es dir weniger langweilig Hat er ja gestern ein bisschen herumgeholt Weil es ihm ein bisschen langweilig ist Weil es so wenig zu tun hat Brauchst wohl ein besseres Plugin So Okay, leider ist der Part schon wieder langsam vorbei Ich nehme gleich noch eine Folge auf Okay So, also Danke für schön verschauen Ich habe gerade lustig Ja Weil ich auch den Humor kenne Vielleicht ist es auch lustig Aber ich denke schon Und Dankeschön für schauen Tschüss, Leitchen Und So, also Ich habe gerade lustig Vielen Dank.